hey Leute was geht denn noch herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video auf diesem kanal ist aufgrund gleich schon. ja Leute heute spielen wir auf der Map Reze wir looten die chests wir haben 10 dias gefunden wir machen uns einen helm oder macht einen Post ich glaube es macht eine Brustplatte gerade mehr Sinn, weil ein Helm, ah ich habe sogar einen Helm, ja da macht ein Brustplatte auf jeden Fall mehr Sinn. Da haben wir uns gecrafted, haben wir angezogen und jetzt gehen wir auf Action Action. Ja. Ja, warum nicht? Er geht direkt in die Mitte. Er hat keinen Bock auf mich. 1, 2. oh mein gott bg schreibt da danke dir um oh shudder so oh mein gott ganz close we'll put lava bucket leute zweite runde und ja auf der map fjords ähm let's go enderpearl äh das da das da das da das da das da zack ab in die mitte mit mir treffe ich die mitte bitte dankeschön nächste enderpearl weg damit so wie gibt es pauschal es nicht mehr zack cobweb dia brust schneewelle nein was hab ich da gemacht zwei dias besitze ich habe so viele kompens gesetzt und ich setze noch zwei sehr gut Ja. Oh my god. Jetzt habe ich mich, glaube ich, selbst hier eingebaut. Ja, ich komme hier raus. Ich komme hier noch raus. Ja, ohne Stein abbauen zu müssen. Oh mein Gott, ich hätte gerade so gedacht, ich sterbe. Das war gerade so close. Ich frage mich gerade was anderes. Normalerweise, wenn du in so einem Battlecut warst, dann sind die ganz schnell da. Aber ich würde gerne die Diode jetzt machen. Dankeschön. Jetzt müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall. Okay. 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 So, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like und einen Abo gekostet haben. Euer Freund. Bis dahin. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.